Der beliebteste Fisch aller Zeiten, mit viel Herz, aber ohne Kurzzeitgedächtnis, ist zurück. Ich hab mich an was erinnert, an was Wichtiges. Was? Meine Mutter, mein Vater, wir müssen los. Auf der Suche nach ihrer Familie. Hallo? Ah, nicht schon wieder. Braucht Dori Hilfe? Hallo? Hallo? Ich bin Hank. Ah, da hängt eine Marke an meiner Flosse. Wenn ich dich zu deiner Familie bringe, gibst du mir dann... Also viel hab ich nicht. Was ist das? Hast du die Marke an deiner Flosse vergessen? Wie wär's? Hättest du gern diese Marke? Tolle Idee. Ich bin so nervös, weil ich meine Eltern wiedersehen werde. Ich hasse es, dieses Kloppen, dieses Fragen. Dieses, wie geht's dir? Prima, dir, mir geht's auch gut. Niemandem geht's gut. Oh, mir geht's gut, wie geht's dir? Dori trifft neue Freunde. Schleif sie! Und erlebt das Abenteuer ihres Lebens. Schon okay, passiert jedem Mal. Brauchst dich nicht zu schämen. Hey, Leute, ich bin auf der Suche nach meiner Familie. Oh, gute Idee. Ich stell mich tot. Hey, Jungs. Ich vertraue Becky. Du vertraust Becky. Becky ist gerade ein Becher. Findet Dori. Mom! Dad! Ich bin's, Dori. Sie soll sich einfach zwei aussuchen und dann raus hier. Pups! Ab 29. September im Kino. Jeder in der Stadt kriegt eine Chance, ein Star zu sein. Live auf meiner Bühne. Oh, come on, lady. You're my butterfly. Sugar, baby. Oh, my gosh. Look at her butt. Oh, my gosh. Look at her. Run, like the wheel. Ride like the wheel. Yeah! Alles okay? Oh, ja. Alles super. Danke. Wie geht's Ihnen? Hmm.